... So, meine Damen und Herren, herzlichen Morgen heute hier, Eingang Süd der Köln-Messe zur Pressekonferenz Art Cologne, die den Auftakt bildet für die offizielle Eröffnung, die AXA Art Professional Preview, die dann um 12 Uhr beginnt und auf die Sie sicherlich alle schon sehr neugierig sind. Wir möchten Ihnen natürlich noch einige Hintergrundinformationen zur Messe geben und da darf ich Ihnen heute hier Ihre Gesprächspartner vorstellen, Daniel Hooke kennen Sie alle, er ist Direktor der Art Cologne, James Fuentes gehört zum Vorstand der New Art Deal Alliance, der NADA von New York und natürlich Klaus-Gerhard Friese, als Vorsitzender des Bundesverbandes Deutscher Galerie und Kunststätten. In den kommenden fünf Tagen präsentieren sich erneut rund 200 internationale Galerien und bieten einen umfassenden Überblick über die Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Zahlreiche Namen aus wie Hans Mayer, aus Düsseldorf, Annelie Tudor, aus London, Carsten Grebe aus Köln, Paris, St. Moritz, Michael Werner, Köln, Berlin, New York, die Galerie Hauser und Wirt, Zürich, London, New York, Nächsten St. Stephan aus Wien, Spreith Magers, Berlin und London, Daniel Buchholz, Berlin und Köln, Gisela Kapitän, Köln, Christian Nagel, Berlin, Antwerpen, eigenen Art aus Berlin und Neu Köln auszustellen, gehören Matthias Ropak, Paris, Salzburg, David Zwerner, New York, Nature Mord, Neu Delhi, Berlin, Rosalind Oxley, Nein, Sydney, Ben Brown, Fine Arts, Hong Kong und London, Vera Munro, Hamburg, die Galerien Kallerke Bauer, Ja, Osterfelde. Ich möchte betonen, dass gerade diese Kombination von klassischer Moderne, Nachkriegskunst und aktueller, teilweise frisch, atelierfrische Kunst, den besonderen Reiz und Stellenwerke Art Cologne ausmacht. Meine Damen und Herren, die in diesem Jahr wichtigste strategische Entscheidung im Rahmen der Messe ist die Kooperation der Art Cologne mit der NADA, ein völlig neues Konzept. Zwei Kunstmessen finden unter einem Dach statt. Beide agieren eigenständig und unabhängig voneinander. Die New Art Dealer's Alliance... I just wanted to start to say thank you for having me here and thank everyone on this panel. I am very proud to be participating in this first ever and very inventive venture of a collaboration between the New Art Dealer's Alliance and Art Cologne. The New Art Dealer's Alliance was founded in 2002 and it was really founded as an informal gathering of young, aspiring art dealers in New York City. Basically came together to exchange ideas and in many respects simply came together because they wanted to be supportive of one another and figure out ways to not only succeed in New York but also simply to survive and to keep their doors open. So... 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 Ah... Ah... Okay, dann muss ich... Oh, ja. Oh, ja. Ja, ich dachte, ich möchte es vielleicht lieber bei James ziehen, um vielleicht etwas zu verstanden. Okay... So... ist es in Ordnung, Herr Schwer? Ja, alles gut. Tschö... Tschö... Знаet... I just change my mind in some ways I just change my mind so I have to go all my way to get back to you. Let's go! Okay, I'm here. First... Now...